eine Mission wäre schön ok was das Problem ist, ich vermute dass da irgendwer steht mit einem Hartz und Geschütz den muss ich da erstmal genau wo ist da ein Schatz hm also das hatte ich mir auf jeden Fall ja ja, Deckung wäre eine gute Idee da ist ein bisschen Granate da können wir nachladen ich hätte jetzt eine Reste auch im Magazin drin gehabt ja, Munition puh ja, Munition ach, aber diese Munition aha was ist das denn hier? ja, Munition ja, aber das ist egal so haben sich jetzt hier keiner mehr überraschungsmäßig drin versteckt auf der Karte ist zumindest nichts angezeigt oh oh Raketen Munition bitteschön oh, das ist eine Zwischenebene oh, der mit seinem Railgun MG oh, der ist jetzt tot wow 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 okay ist eigentlich noch da unten gibt es noch eine Safe Zone aber jetzt war ich ja hier an dem Fahrzeug dran da geht sie fest verstanden ja verbrauchbar dann mal wie immer da ist die Frage ähm sind die hier auf derselben Ebene oder sind wir hier schon durch? ne es scheint ges- abgeschmackert zu sein dass wir hier schon durch sind dann würde es wohl hier weiter gehen mit diesem Problem anscheinend trifft er nicht so viel wie bei Weitentfernungen ja oder auch doch hm, was mir grad auffällt da ist so ein kleiner Eingang vielleicht finde ich den ja auch von außen ich müsste halt nur weit genug weg um ihn zu sehen da ich seh's da ich seh's ja nein verratzte Landung ja das war mir klar so dann hm wo würde ich den hin also zurück auf jeden Fall und dann hier schon anfangen und eine verpratzte Landung ist immer noch besser als gar keine Landung und ich hab' den Geheimweg gefunden wenn ich mich jetzt nicht allzu blöd anstelle hier ich hab' den Heini auch ganz besser es sei denn der schießt fünf Stück durch dieses Loch und ähm ich bin erledigt aber ich hab' die Landezone hier so ach ich hab's immer noch nicht raus ach so ja vielleicht kann ich ja von hier oben doch noch den out schalten mit dem ich irgendwelche Lücken hier nutze hm komisch na gut geh' ich jetzt mal kurz da runter und ich muss laufen was bin ich geliefert wo bin ich denn hier ah ne Wand ok versucht auf die andere Seite der Wand von da aus könnte ich ihn kriegen hm 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 ob ich den einfacher krieg wenn ich den ein paar Headshots verpasse ich weiß es nicht auf jeden Fall würde ich es dann oben versuchen hm 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 so ja da steht jetzt noch gar keiner was ist das Problem wir müssen da erstmal stehen jetzt steht er da ja so 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 mhm man braucht die kleinstmögliche Lücke und dann kann man ihn kriegen so sieht's aber aus und man muss ihm dreimal einen Headshot verpassen aber dann funktioniert's aber dann funktioniert's so Freunde es ist nahezu ungefährlich denn ich so so nein ich konnte auch gar nicht lesen was das ist weil ich dann auf schießen kann so ein blödsinn aber auch brauchbar da steht er auch schon ok wow wow Ich habe irgendwo noch Glück gehabt. Vielleicht kann ja sein, dass ich leise sein muss. Hier steht er. Direkt da über ihm stehen. Das ganze Magazin auf dem Kerl ausleeren funktioniert auch. Oder 3 Headshots. Ansonsten. Ich habe endlich auch was nicht gefeuern jedes Mal. Verdammt. Doppeltes Magazin verdienen. Schneller nachladen. Zweite Stufe. Okay. Was war das bei der jetzt eigentlich nicht so unbedingt das Problem ist? Wow. Nein, 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 nein. Ich habe Glück gehabt, dass die unter mir war. Mehr Power könntest du denn gebrauchen. Ich habe immer eine bessere Ziel-Einrichtung. Je nachdem. Ja, verdammt. Oh Mann, ich kann nicht gebrauchen. Das ist der aber gefallen. Wie ein nasser Sack. Ich werde erstmal nie sterben und dann hierhin fallen. So. So. Okay, wir haben Leben fallen gelassen. Das war nicht schlecht. Was haben wir hier? Nochmal. Ah, Leben über Leben. Das ist doch schön. Das ist doch schön. So. Ich denke mal, ich muss jetzt hier irgendwo... Zumindest kann ich hier noch... Nein, oder nicht? Nein. Ist noch zu? Das ist zu, aber es sieht so aus, als würde es aufgehen. Deswegen bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Aber ich denke, wir müssen noch weiter runter. Hm. 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 Ah, da sind die ersten Jungs von mir. So. Hm. Laufen, laufen, laufen. Laufen, laufen, laufen. Die Munitionsaufzüge des Feindes sind noch intakt. Sie haben bisher die Aufzüge zu finden und aufzuschalten. Okay. Da komme ich nicht durch. Wie würde ich sagen? was war das dann jetzt sagt nicht dass die zwischenebene jetzt noch mal machen das kann durchaus sein dass ich es eben auch noch mal machen muss vielleicht fange ich einfach einmal von unten an das ist ja normal auch der normal fängt mir das jetzt auch von unten an ist das da hinten ein